Guten Morgen an diesem Montag. Ich bin Prof. Susann und freue mich, dass du dabei bist. Hier ist deine Montagsmotivation Nummer 13. Ich stehe hier frisch aus der Druckerei kommend. Heute in aller Herrgottsfrühe haben wir den Andruck meines Buches Kohl im Kreuzfeuer abgenommen. Das ist immer ein aufregender Moment, wenn man sein Werk da vor sich sieht. Es ist auch ein bisschen gruselig, weil du nichts mehr ändern kannst. Und darum geht es mir heute. Das Buch sollte ja so viel früher fertig sein, ein ganzes halbes Jahr sogar. Einige Vorbesteller waren in der langen Wartezeit auch rechtschaffend verschnupft. Sie beschwerten sich, zu Recht. Doch ich habe mich nicht beirren lassen. Im Gegenteil, dreimal habe ich das Buch tatsächlich in letzter Sekunde wieder aus dem Druck genommen, um wichtige neue Erkenntnisse einzuarbeiten. Das mag unorganisiert wirken. Ja, doch das ist das organische Arbeiten mit neuer Materie. Und ich bitte dich hier nicht um Verständnis. Ich bitte dich hier, dir immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es kein zu spät gibt, egal was sie dir sagen. Doch dass es sehr wohl ein zu früh gibt. Zu früh ist, wenn du noch nicht bereit bist für die Situation. Nicht vorbereitet, nicht eingearbeitet, nicht bereit, um zu bestehen. Bitte bedenke, es gibt kein zu spät, aber es gibt ein zu früh. Lass dir Zeit. Du bist fertig, wenn du fertig bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.